Black Hole Du musst mir etwas erzählen. Wie kann man die Gravität manipulieren? Und bitte, nicht wieder mit dem sagen, du bist smart und so. Lass uns sagen, ich habe ein Talent dafür. Jetzt mal aufgehört. Gehen wir mal kurz nach unten. Oh, da ist unser Freund. Erstmal nach unten gehen, weil das sieht so am einfachsten aus. Ah, Abschnitt. Okay, Checkpoint. Was kann denn schon Böses passieren? Aber nun, das ist ein Typ der Technologie, die ich nicht sehr gut bin. Es scheint, wir haben alle ein Talent für etwas anderes. Und ich habe ein paar gute Sachen für Sie, auch. Es ist mir einfach, dass ich das Talent für dieses Talent habe. Das ist sehr ancient und unbekannte Technologie. Was mehr, es ist Uncertified. Du kannst nicht nur denken, dass du hack die Tür so schnell hast. Es wird lange dauern. Wer weiß, ob du es kannst. Wenn du es örtest, wird es einfach nur Glück sein. Und wer sagt überhaupt nichts über Hacking? Haha, das ist sehr gut. Ich habe zwei von diesen Klubs. Du kannst einen haben. Wirklich? Wie du siehst, haben sie eine EMP-Discharge, die du kannst, um deinen Weg einfacher zu machen. Okay, das klingt schon mal richtig geil. Okay, das klingt schon mal richtig geil. Ähm... Ah, jetzt habe ich Y gedrückt, natürlich. Äh, wie kann ich das Ding benutzen? Oder geht es nur an bestimmten Türen? Versuch es dir selbst an dieser Tür. Ah, okay. Don't be afraid. Du wirst nicht Aureol mit dem EMP-Discharge verhören. Ich setze es so, dass die Discharge auf alles, aber unsere Türen. Ich bin glücklich, dass du es getan hast. Ich will keine unbekannte Restartes. Du hast keine Ahnung, wie es fühlt. Die Körbeinung während des Restartes ist hell. So viele verrückte Linien. Oh, das ist mein Fehler. Ich glaube, ich habe den Strom genommen oder so. Nein, doch nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem EMP wirklich machen können. Ich bin sehr gespannt. Hm. Sieht wohl nicht so ganz hin. Wow. Wie es war... Eine Bibliothek? Das ist eine Bibliothek! Das bedeutet, dass es ein zivilisiertes Leben irgendwo nahe ist. Mehr als es war. Sie haben wahrscheinlich nicht so eine Technologie wie wir tun. Also haben sie nicht die Flugzeit durch den Schrauben gewonnen. Du meinst Plastikbads? Äh, genug von diesen Lachen. Schau deine Schritte. Find mehr Selbstbarns. Stich zu den Missionen und ich habe diesen gigantischen Generator. Es muss ein secretes, infinites Energie oder so etwas. Okay. Ah, mit dem sprechen. Okay, machen wir das doch. Wir könnten diesen Generator mit der Batterie verbinden. So können wir etwas über die ancienten Zivilisation lernen. Diese Bibliothek ist großartig. Ich scanne hier alles mit der Geschwindigkeit von einem super schnellen Internet. So viele interessante Dinge. Weitere Zivilisation. Warum mache ich das jedes Mal? Ich weiß es nicht. Okay. Ich verstehe. Oh Gott, okay, das wird alles ein bisschen anstrengender. Was könnte mich unten erwarten? Nicht viel, aber... Okay, wie soll ich das Ding bekommen? Das ist eine gute Frage. Äh... Das Ding tölt mich gleich wahrscheinlich. Können wir die Punkte vergessen? Hm... Nicht wirklich, kann ich damit irgendwas machen? Hm... Nö, auch nicht. Also einen haben wir jetzt. Ich denke, das reicht erst mal. Das meiste Frage ist, wie komme ich wieder zurück? Tölt mich das Ding denn eigentlich? Ah, doch nicht. Das macht nur die Tür. Okay, bringt mir jetzt natürlich gar nichts. Beziehungsweise... Okay, bringt mir jetzt sogar wirklich nichts. Damit hätte ich es jetzt... Geschafft... Ah, jetzt geht es nicht mehr zurück. Ähm... Ah, es wird komplett aktiviert. Okay... Okay... Apapa... Hm... Ich hätte schon gern beide auf jeden Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das... Funktionieren soll. Aber damit kann ich das eine deaktivieren. Jetzt wäre es halt nur geil, wenn es... Äh... Funktioniert nicht. Okay. Ich glaube, so irgendwie würde es funktionieren. Theoretisch, aber... Ähm... Ich sammle das Ding jetzt einfach rein. Das eine hier. Ja... Ja... Natürlich so nicht. So bevor wir uns jetzt viel zu lange mit einem Ding aufhalten, mit einem Level... Würde ich schon gern einfach mit dem Spiel weiterkommen. So... So... Andi möchte wieder mit uns sprechen, aber wir machen erst mal ein bisschen... ... weiter... Schau mal! Ein Laser! Dieser zum Laser ist gefährlich. Ich werde dich schützen, aber versuchen, zu vermeiden, seine Beine zu vermeiden! Was? Waaaaa? Nuh-sch-schlecht. Try to avoid... ...its... waaaaa? Wtf? Wie hätte ich das denn... Okay, das ist doof. Also, wir sterben jetzt auf jeden Fall. Ah, da muss ich vielleicht... Oh Gott, das trifft ein. Ah... Oh my gosh, okay. Er ist ja irgendwie verbunden mit dem Ding, ne? Oh... Irgendwie... Oh! Ach, da war noch ein Stein. Hab ich nicht gesehen, okay. Der schützt mich so ein bisschen. Nur nicht, wenn ich so da stehe. Oh Gott, das jetzt hinhaut. Irgendwie nicht. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es gerne hätte. Ah, okay. Was ist das für ein... ...krankes Level, ey. Ja. Bringt mir... ...bisschen gar nichts. Ah, fuck. Beide Dinger bekommen wir jetzt schon geil in dem Level. Ach so. Ah, verdammt. Mein Fehler. Muss natürlich die... ...Plattform da drüben erreichen. Um... ...das Level zu drehen. Ah. Das ist lustig, wirklich. Wie könnte er in einem Video-Game sein? Echt? Was? Was ist ein Läser? Ach, da macht die Tür anscheinend auf. Damit kommen wir hier durch. Never mind. So, damit kommen wir durch. Der Laser tötet einen. Oh, auch noch ein Spiegel auf der einen Seite. Richtig gut. Ein ganz schön frustfreies Spiel. Wenn man mich fragt. So, wie soll das funktionieren? Vor allem, wie weit der Laser geht. Alter, ich muss doch irgendwie drankommen. Alles klar. What? Lass ich irgendwas? Ich muss doch da hin, ne? Irgendwie. Oh, was haben wir denn da unten? Ha! Es sieht so aus, dass nicht alle Objekte von der EMP verhindert werden können. Oh, dass es da unten jetzt nicht mal mehr in Englisch steht. So, schau auf das Objekt, das ich für dich markiere. Äh, ein geiles Spiel. Ha! Äh, ja... Hat der Laser das abgewehrt? Nee. Von haben die dann geredet eben? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht so ganz. So, der Laser wird von da oben aus gesteuert. Da komm ich von hier aus nicht hin. Ähm... Mhm, mhm, mhm. Äh... Vielleicht damit? Great, so du hast einen Button. Congratulations! Ich hab jetzt einfach nur einen Knopf gedrückt. Gebracht hat er mir effektiv eigentlich gar nichts. Oh, ich hätte ein Ding... Oh Gott! Dass das Teil einen trifft! Äh, aha. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich denn das eine da kriegen? Versteh ich nicht. Ich steig nicht ganz hinter das Spiel leider. So gänisch wie würde. Irgendwie... Ja, wenn ich da rübergehe, was bringt mir das? Ich kann den einen Schalter da drücken, aber... Was macht der? Was würde er machen? Wahrscheinlich nichts. Das Spiegelding kann ich anscheinend nicht ausschalten. Wobei das... ...stört mich ja noch weniger. Muss ja wieder auf die andere Seite kommen. Das heißt eigentlich... ...kriegt das nichts. Frustrierendes Level, ey. Oh, okay. Das war... Sehr intelligent. Geschafft. Ich denke, das reicht mir jetzt auch. Ich will... ... die Level jetzt einfach nur schnell hinter mich bringen, weil... ...echt einfach nur frustrierend eigentlich die Level hier. Ich will schon gerne mehr von diesen... ... äh... ... kleinen Kugeln sammeln, aber... ... diese Blades are as sharp as a razor and faster than lightning. Don't be afraid. I can manipulate you faster than light. ...